servus und willkommen zurück in der bundesfilmanstalt zu einem brandneuen video heute mal wieder über das thema film ich hab die letzte zeit das let's play hochgeladen die zwar keiner anschaut aber es ist wurscht es macht mir spaß zu zocken und euch daran teilhaben zu lassen und wer bock drauf hat der kann sich das konan excise let's play natürlich gerne anschauen aber ich will natürlich auch einmal wieder videos zum thema film machen so ein bisschen ja deswegen heute am beweis geld wird ja viel für diesen oder überhaupt das siebte also das neue jahr genau ist ja jetzt schon ein paar tage alt deswegen weil jetzt seit dem jahreswechsel noch gar kein video in der form hochgeladen habe wünsche ich euch natürlich allen ein ganz wunderbares gutes neues jahr ein bisschen verspätet aber besser spät als nie ich hoffe es alle gut rein gestartet bei mir war tatsächlich die erste woche jetzt muss ich sagen wirklich recht turbulent ja muss ich sagen aber durchaus auf recht angenehme weise turbulent ja und das passt schon also das jahr startet völlig wahnsinnig eigentlich ja bei mir zumindest ihr könnt mir ja gerne mal in die kommentare schreiben wie es bei euch so war mein silvester ist bei mir immer so ich bin da eh also silvester gemein ich bin am arsch vorbei ja mir würde auch nicht einfallen irgendwelches zeug da in den himmel rauf zu schießen ich meine es reicht schon dass ich das geld verrauche ja also das ist auch nicht recht viel schlauer ja aber ich würde es jetzt nicht in himmel rauf pulveren aber da kauf ich mir lieber was schönes dafür deswegen aber immerhin wer da bock drauf hat der soll das natürlich gerne tun ja keine frage ja aber ich habe da nichts besonderes gemacht an silvester jopa für mich angeschaut das war ich ganz nett und das passt dann schon da kann man ein bisschen rauskürzen vom fenster impfen was man jetzt so macht wenn es halt dann um ballern und so dieses jahr waren sie ein bisschen wahnsinnig ich glaube so die letzten jahre jetzt mit corona pandemie da waren die schon alle total geil drauf einmal wieder umzuschießen ist halt so ansonsten wir machen heute so ein bisschen monatsupdate für dezember noch das steht nämlich noch aus es ist also für meine verhältnisse ist es sehr wenig ja wirklich sehr sehr wenig obwohl ich auf der filmbörse war am 18 12 da habe ich gar kein video hochgeladen weil ich fast nichts gekauft habe da wollen mit dem andy wieder mit dem filmivor live andy der hat ein video dazu gemacht genau das wort wie gesagt so wenig warten bis zum bis im monatsupdate machen und dann habe ich wenigstens ein bisschen was beieinander es sind ein paar media books und natürlich auch wieder ein paar platten aber allzu wild war es gar nicht ja jetzt im vorfeld kurz weil wie gesagt viel zum zeigen habe ich gar nicht bisserl so kurz so allgemein was gerade los ist ich habe jetzt wieder ein paar videos gerade ich habe jetzt wirklich die letzten wochen in diesem ganzen filmbereich jetzt auf youtube quasi nichts angeschaut und jetzt haben wir mal wieder so das eine oder andere video reingezogen und ich muss sagen alter vater was ist na da los ich habe jetzt auf einige kanäle schon wieder immer diese videos die kommen alle paar monate wieder streaming gegen physische medien lohnt sich sammeln noch habe überhaupt noch bock auf sammeln habe überhaupt noch bock auf youtube läuft mein kanal gescheit weiß der geier was ich mein jetzt einmal ganz ehrlich ich finde es immer recht unterhaltsam ja ich schaue mir dann schon immer das eine oder andere video an abends immer wieder ist gleich exoder ist letztendlich war es mal die vergangenen monate schon hundertmal gehört habe no front wirklich leute macht videos zu video themen wo es bock drauf hat das ist überhaupt kein thema das ist jetzt bloß meine meinung dazu nur ganz ehrlich dieses ewige streaming gegen physische medien im ein was ist denn das dafür debatte ich schaue mein zeug an wo ich will und wann ich will ich habe ist so ich als blut und tvd im regal ich habe drei streaming dienste abonniert holz mich für blöd es ist also ich habe halt drei streaming dienste und wenn ich da schauen will schaue ich da und wenn ich da schauen will schaue da ist es mir wurscht das eine schließt doch das andere nicht aus das ist doch völlig egal ich kann doch machen was ich will und meine es ist doch klar dass irgendwann so dieses mainstream zeug mainstream blu ray und so weiter verschwinden wird das ist klar dafür gibt es einen haufen labels die jetzt gesagt haben na ja dann machen wir halt jetzt irgendeinen anderen schmarrn es gibt so zwei große zielgruppen zum einen die gerade so in den letzten jahren entstandenen mediabooks sammler ja die völlig wahnsinnig sind im kaff selber mediabooks also ich habe ja für vieles verständnis aber was da teilweise abgeht ist ja völlig wahnsinnig und da haben natürlich einige label längst erkannt dass es sehr lohnenswert ist mit null aufwand irgendwelche repacks raus zu knallen mit irgendwelchen tollen cover artworks und die zu völlig überteuerten preise zu verhökern mit ganz speziell dicker einschweißfolie für die ovp sammler dass da ja nichts passiert ich meine ich müsste mal überlegen ich bin nur in ein paar facebook gruppen und in einigen das kannst du nicht ausdenken da beschweren sich dann die leute weiß ein folienriss haben bei einem artikel ja um gottes will das ding ist ja quasi nichts mehr wert es absurdeste was ich die tage gelesen habe war eine frage wo eine nette dame in einer facebook gruppe dann tatsächlich zwei mediabooks hatte zwei vom gleichen titel mit zwei unterschiedlichen covers und dann gefragt hat ob es die auspacken soll oder besser zu lassen ja leute da bin ich halt fertig also entweder würde den film anschauen dann würde ich es auspacken müssen ansonsten wird schwierig oder ich lass halt bleiben was ist denn das für frage da frage in der facebook gruppe jemand anderen ob ich den scheiß auspacken soll ja da frage ich mich dann wirklich langsam ob ich in blödmannshausen bin entschuldigung ja no front wie gesagt ja aber das ist so das eine klientel also die mediabooks sammler die hat wirklich alles einfach alles kaufen es ist wurscht ob das ist billigste repack vom fünf euro vom greckl grabe kisten titel ist ist ja völlig egal ja wurscht kann auch in der beschissensten qualität überhaupt sein interessiert nicht hauptsache das mediabook und es ist ja okay jeder darf ja gerne sammeln was er möchte das heißt denn diese zielgruppe haben das gibt es übrigens glaube ich bloß in deutschland ich glaube diese mediabooks und auch diesen wahnsinn der daraus resultiert das gibt es eben bloß in deutschland das gibt es glaube ich in keinem anderen land der welt ja aber das soll das haben einige lebens erkannt man kann teilweise mein manche geben sich auch sehr viel mühe muss man dazu sagen aber man kann mit relativ wenig aufwand was die discs angeht kann man relativ viel geld verdienen da hat man relativ große gewinnspanne drauf und dann gibt es die andere partei das sind so die lebens die dann so bissel so die nischen sachen bedienen ja also jetzt titel die sonst so gar nicht auf dem markt gibt die jetzt eine so die riesen riesen abnehmerschaft haben ganz wurscht ob das irgendwelche godzilla filme sind irgendwelche 70er jahre rote klassiker oder weiß der geier was halt irgend so etwas was halt fast keiner kauft ja aber es gibt da halt für solche sachen eine gewisse fanbase und da kann man einfach diese sachen rausbringen und die sind natürlich häufig auch relativ teuer war sie ja nachvollziehen kann wenn jemand das ist eine rechte sache dann wenn die sachen nur schön restauriert werden und so und ordentlich bonus material da gibt es einige die wirklich sehr sehr gute arbeit leisten für diese nischenprodukte und das finde ich natürlich super weil es genau mein sammelgebiet ist ja da wo ich bock drauf habe und was man meiner meinung nach viel zu wenig sieht auch auf youtube auf die kanäle aber wie gesagt sind heute nischen titel und ja das natürlich die preise wenn ich brauche mir bloß anolis anschauen anolis die hauen ja nur so nischenzeug raus meiner koster der emirate 20 euro es ist halt so und die gibt die stückzahlen sind relativ klein wenn weg dann weg dann gibt es meistens auch nicht mehr wenn man glück hat kommt noch mal eine neue auflage aber es ist jetzt nicht so dass es da riesen stückzahlen gibt das ist ja klar und die müssen halt die können halt nicht in ihre kohle über die masse machen weil die die masse halt einfach nicht absetzen sondern müssen sollte dann ein bisschen über den artikelpreis machen und das ist betriebswirtschaftlich völlig nachvollziehbar also diese zwei gruppen gibt es jetzt im endeffekt so also die hardcore verpackung sammler sag ich einmal vor allem media book bereichs die buch sind ja ein bisschen out hardboxen auch schon länger wo es da immer nur ein paar level gibt die auch selbst hardboxen bedienen und halt so die nischen titel so und das wird es auch in zukunft geben weil das da ist sehr viel wenn ich mir das schaue was da leute auch aus die filmbörsen rausschleppen und so da ist halt auch sehr viel geld da einfach ich meine ich sehe es ja bei mir selber was ich so im monat ausgebe an euros für für den ganzen geschmarrn da das ist halt einfach der wahnsinn ja deswegen da ist schon eine kohle da ja selbst trotz gestiegen nebenkosten weil der geier was also da ist da geht schon was ja deswegen ja und das wird auch nicht durch streaming aussterben oder so also ich mache mir da jetzt man muss halt ein bisschen mit der zeit gehen es ist halt so ist ja man kann sagen man kann die ganze zeit rumweinen und sagen ja früher war alles besser ja aber es ist alles so ja meiner müssen halt sterben ja was willst du tun dann musst sterben ganz ehrlich gleiche halt mit diesem jahr ist das noch gesund wie wir sammeln und weiß der geier was also entschuldigung ich meine für mich sammeln egal was man sagt ja das ist bloß einmal jetzt am rande das soll jetzt kein so der video zu aber weiß heute jetzt die letzten tage aufgeplotzt ganz ehrlich also ich weiß nicht wie das bei euch sammeln aus weiß man halt spaß macht wenn es mir irgendwann keinen spaß macht dann lass ich halt bleiben ja es ist doch scheißegal leute wie interessiert hat es also mir ist das an die passiert manche scheinen ja ständig irgendwelchen besuch von leuten zu haben die ihnen dann da und sagen ja mei seid ihr behindert ihr stolz euch den scheiß da ins regal ist mir noch nie passiert noch nie also überhaupt nicht selbst wenn leute bei mir sind oder wenn ich mich mit leuten unterhalte mit dem überhaupt nichts am hut haben dann sagen die aber auch nicht bist du behindert vielleicht denken sie sich manchmal das kann natürlich aber jeder sammelt doch irgendeinen scheiß und ganz ehrlich ist das normal normal ist eigentlich nicht was heißt normal der norm entsprechend ist es wahrscheinlich nicht weil wenn man sich anschaut wie viel kohle für den scheißdreck den man sich da überall hinstellt überhaupt ausgibt das ist eigentlich der absolute wahnsinn und normal ist es wahrscheinlich nicht aber es macht halt auch spaß ja und deswegen macht man und deswegen macht mein youtube das ist das gleiche youtube mein kanal ja scheiß doch die wand an also ich weiß nicht was manche für prioritäten haben also ich habe meine prioritäten wirklich gerade so die letzten wochen einmal wirklich überdacht und also es gibt wahrscheinlich nichts unwichtigeres also wenn ich das nicht gerade beruflich mache ja und das wird wohl kaum einer machen oder da wirklich geld damit verdienen in unserem bereich dann ist es einfach bloß hobby und fertig und ende und es gibt so viele sachen quasi alles ist wichtiger alles im leben ist wichtiger ja und das überhaupt nicht deswegen mein gott wie gesagt immer video wenn ich bock habe wenn ich kein so wenn ich keinen bock habe da mache ich einfach kein video und fertig aber es ist wahnsinn das bloß kurz einmal dazu so zu dem was jetzt so die letzten tage an videos gesehen habe in der film community habe ich gesagt das zeug schwappt immer alle paar monate immer die gleichen themen wieder werden wieder rausgekramt immer wenn man denkt ein thema ist jetzt wirklich tod geritten bis zum geht nicht mehr nein irgendeiner zieht es überall raus aber warum auch immer ein bisschen was zu quatschen aber immer ein bisschen was zu sagen das ist doch ganz wunderbar und jetzt machen wir aber weiter mit meinem monatsupdate für dezember 2022 dass man das jetzt auch endlich einmal abgefrühstückt kriegen da wird es nämlich schon längst sein und heute habe ich endlich einmal bock ein video zu machen und zeit ja es geht los mit blu ray mrs da habe ich mir zum einen mal mitgenommen auf der börse in nürnberg gibt es auch als media book von sinis strange jama bloßes kippes mitgenommen weil ganz cool was steht darauf eine lichtjahre jenseits unserer vorstellungskraft da bin ich gespannt drauf den gibt es wie gesagt als media book aber der hat jetzt da 15 euro kost im kippkassen das sind 20 euro weniger als media book ist das gleiche cover es ist im endeffekt wurscht also ich meine da brauche ich halt einfach kein media book ist angeblich limitiert auf 500 stück ich weiß nicht ob das stimmt ist eigentlich ja völlig egal ich meine weiß nicht warum er jetzt auf die idee kommt da immer ist zu limitieren aber ja es soll so cool einmal habe ich noch nicht sehen dann weil ich den nämlich im streaming schaut und der hat mir nämlich ziemlich gut gefallen so vor weihnachten ist eigentlich weihnachtsfilm ganz gut die advent kalender ja und der was steht drauf traust du dich das erste türchen zu öffnen da geht es halt um dieses mädel da im rollstuhl und die bekommen von ihrer besten freundin zu zum geburtstag der irgendwo kurz vor weihnachten ist einen adventskalender aus deutschland aus deutschland geschenkt und ja der advent kalender kann praktisch wünsche erfüllen ja aber man muss opfer dafür bringen ja das heißt es kann sein dass da menschen sterben und wenn man einmal angefangen hat mit einem türchen und die schokolade gegessen hat dann muss man auch weitermachen weil sonst stirbt man nämlich selber interessanter film hat mir tatsächlich sehr gut gefallen ist eigentlich was nettes so zu weihnachten beziehungsweise heute für die für die adventszeit hat mich wirklich überrascht hat mich sehr gut unterhalten war sehr spannend auch mit einem interessanten recht offenen ende muss ich sagen kann ich empfehle meines ist weihnachten rum aber wurscht nur vielleicht dann für nächstes jahr die advent kalender dann habe ich mir mitgenommen den kenne ich schon das ist jetzt so ein bisschen qualitäts upgrade weil ich den eigentlich schon von infinity picture im mediabook habe die haben den vor vielen jahren schon rausgebracht das ist galaxy of terror beziehungsweise planet des schreckens sehr sehr abgefahrener film tolles cover im übrigen den hat nsm jetzt vor jahr ist auch schon wieder zeit lang herausgebracht und hier soll die bildqualität deutlich besser sein als bei der infinity ja gibt es auch im mediabook von nsm aber ich habe das alte mediabook da und jetzt ist ganz einfach und hol dir das einmal eine sammlung planet des schreckens galaxy of terror ja produced by roger cormann mit robert england und dings spielt hier mit sita genau und robert england in jungen jahren ja kai plus sehr viel abgefahrener film tolle effekte völlig absurd einfach ich finde super deswegen haben wir den jetzt als visuelles upgrade ja wie gesagt ich werde das mal vergleichen wie viel besser jetzt hier die nsm scheibe ist und dann schauen wir mal die abe book mal wieder bock drauf denn anzuschauen dann haben wir drei dvd ist tatsächlich geholt und zwar einmal hier von laser paradise barracuda den wollte ich schon lange mal haben das ist ja tierhorror nicht so wirklich eigentlich ist es so also ein bisschen so umwelt früher mit mafia typen und ja heute auch barracudas der hat mir einfach interessiert der ist auch schon lange out of print da gibt es ja keine neue auflage davon ich habe es relativ günstig kriegt aber ich glaube trotzdem 12 euro da was kosten 12 euro für laser paradise veröffentlichung ist ein haufen geld weil die ist technisch nicht so gut oder fsk 12 ist halt das bildformat ist falsch man sieht heute das haben sie irgendwie zugeschnitten auf 16 zu 9 oder was ich glaube das war schon bei dem jahr mit format nach 4 zu 3 voll bitte es aber nicht in vollbild laufen glaube ich das war ganz komisches bildformat auf jeden fall ja technisch nicht gut aber der film ist nicht schlecht barracuda wie gesagt gibt es bloß in dieser laser paradise auflage dann auf der börse in nürnberg mitgenommen weil den jetzt endlich einmal anschauen wollte ich habe schon angeschaut ist tokio gar police von dragon ja hier einfach bloß in der dvd den gibt es auch auf blu ray den gibt es auch in einem media book kostet dermaßen viel aussteht das kannst du überhaupt nicht ausdenken die wollten jetzt einfach mal sehen aber für 10 einfach einmal mitgenommen auf der auf der börse ich hoffe ja und ich spekuliere ja darauf dass der vielleicht die nächste zeit irgendwann einmal von 8 films kommt das wäre super würde mir sofort holen abge völlig abgefahrener film also wenn man auf so asias blätter scheiße mit total behinderte ideen steht der ist wirklich wirklich super tokio gore police dann haben wir auch noch für ein c mitgenommen den gibt es auch bisher nur auf dvd da gibt es keine blu ray soweit ich weiß davon und das ist hier vampire girl was das frankenstein girl den habe ich noch nicht gesehen der ist nur eingeschweiße so die gpeg von dragon was halt früher so gehen hat an gehört edition des seit ab 20 80 das blätter zeug ja wenn man sowas mag glaube ich sind diese titel schon recht recht spannend ich habe da ja einige in ja und mutant girl squad und hier mashing girl und was es nicht alles gibt ja und die sind wirklich nicht vielleicht kommt er auch mal von von 8 films auf blu ray ja vampire girl versus frankenstein gold 5 10er mein gott kann man das schon mal schon mal mitnehmen auf jeden fall denke ich so weiter geht's mit das war klar für mich natürlich dem steelbook zu zur ersten staffel von house of the dragon in 4k ja gott sei dank ich habe ja schon eigentlich gebankt dass der vielleicht womöglich überhaupt nicht physisch rauskommt bei uns ich habe mir die ja im stream angeschaut die serie von großartig die erste staffel war einfach super sofort game of thrones feeling wieder direkt dabei aber sehr gut gefallen deshalb natürlich logisch hier in die sammlung reingekommen mit matt smith zum beispiel wahnsinnig gut ja generell toller cast und und einfach richtig gut house of the dragon staffel 1 auf blu ray beziehungsweise auf 4k im mediabook und dann habe ich mir geholt weil das einer meiner lieblingsfilme von tarantino ist vielleicht der beste den er jemals gemacht hat neben part fiction mit sicherheit das ist und das ist ein schönes relativ schönes die book muss ich sagen reservoir dogs ja in diesem sti book da ist so ein klarsicht schubert rüber ich habe es jetzt nicht auspackt da ist so klarsicht schubert rüber wo man dann da wo es dann das ohr runterschiebt wenn man das und ich weiß nicht ob es irgendwo schon gibt es bestimmt schon unboxing irgendwo kannst du mal schauen wie das dann ausschaut in 4k mein fokus spinnt heute bissel sich auf ich hoffe ich hoffe ihr werdet nicht besoffen weil der fokus da so ein rumäumelt ich verstecke mich mal einfach dahinter ja reservoir dog den man den muss man eigentlich gesehen haben das ist so das ist wirklich aus stück stück popkultur tarantinos ja erster richtiger film ja und mit einem tollen cast einfach nur völlig genial und und richtig richtig gut wie gesagt neben part fiction mit sicherheit der beste film den er abgeliefert hat genau so dann kommen noch ein paar media box ja und zwar einmal ein rai harry hausen ja und zwar das grauen aus der tiefe media book von 0 ist oder ich glaube es ist ja anolis ja einmal geholt mit einem tentakel monster stop motion tentakel monster sehr sehr schön fantastische aus der fantastischen film klassikerei von anolis sehr sehr schön gibt es glaube ich auch noch ein anderes cover was finde ich super genau dann haben wir ein bekommen da wird es noch ein unboxing definitiv geben und zwar ist das von exzessive pictures hier black emmanuel alle lüste dieser welt die haben ja auch schon black emmanuel in amerika gebracht den skandal film mit laura gemse und hier zeigt den nächsten da kommt aber noch einer soweit ich weiß black emmanuel ja nett so sieht das aus schönes media book und vor allem da haben wir wirklich alle cover motive gefallen aber das hier passt natürlich sehr sehr gut ich glaube das cover was ist das cover c oder was weiß ich jetzt gar nicht oder d das passt natürlich zu dem was ich vom ersten teil habe ja und deswegen sehr sehr gut black emmanuel dann habe ich euch gezeigt im unboxing das war so das war so ein richtig unvernünftiger kauf tatsächlich weil ich die filme vor allem eigentlich schon habe aber manchmal bin ich halt auch bescheuert deswegen sage ich kann so manchen schwachsinn den man als sammler tut durchaus verstehen und zwar habe ich mir von sinestrange geholt hier dieses cover von neighbor mit amerika olivo mit sport lag absurde cover es ist einfach nur absurd ich musste das wegen dem cover haben weil das cover so absurd ist das ist einfach nur der knaller ist aus der sinestrange extreme edition gab es übrigens obwohl er gar nicht online schon ausverkauft war es ist häufig so noch stapelweise auf der filmbörse in nürnberg habe ich damit die bei sinestrange bestellt als die noch nicht 45 sondern 35 euro kostet was teuer genug ist für den repack zeug inzwischen weiß ich das ist einfach eins zu eins also wer sich dafür interessiert ist und einfach eins zu eins repacks anscheinend der alten dragon blu-rays ja also von daher dass man das auch weiß ist also nix neues steht auch hinten irgendwo drauf repack edition oder so kann auf der homepage oder so keine ahnung also auf jeden fall neighbor in diesem cover und dann auch noch dream home ja in diesem netten adretten cover ja das gleiche ja wohl gehört haben was soll ich weiß wohin mit dem geld dann holen wir sich irgendwelche repacks mit brüsten auf dem cover nur why not also hier dream home und dann für sehr wenig geld tatsächlich sehr günstig auf der börse in nürnberg mitgenommen das media book von cape light zu im westen nichts neues für tatsächlich 25 euro das ist ein richtiger schnapper das ding hat nämlich bei cape light im online shop sogar mehr gekostet über 30 euro ich habe sogar kurz überlegt denn die hatten auch die ultimate collection an dem gleichen stand aber und die hätte für ich glaube 60 euro kostet also 10er weniger als online aber ich habe dann gedacht ja komm du schaust du schaust ja die langfassung einmal an ja die ist ja hier auch mit dabei und denn die ganzen restlichen fassungen und so da ist ein haufen zeug drin der ultimate wann schaust es an brauchst du das wirklich weil das ist ja dann auch wieder zwar platz frage ich meine den film wollte jetzt unbedingt haben von cape light ja aber brauche da die ultimate das war die frage und ich habe dann für mich sagt nee komm hol dir das media book spaß da einiges an kohle 25 euro ist ein super deal und den holster und da ist wirklich auch alles drauf was du einfach brauchst vor dem film und freue ich mich darauf freue ich mich auf den rewatch und vor allem ist da ja wirklich zum ersten mal die langfassung mit dabei und auch diverse synchron synchron fassungen ja es sind zwei blu rays und eine dvd also da ist im endeffekt die langfassung drauf dann und die internationale standard fassung und ich glaube mit dem kann man gut leben da braucht man vielleicht nicht unbedingt die ultimate edition so soviel dazu das waren die filme und ich habe mir noch zwei platten geholt ihr wisst ja seit einiger zeit bin ich da so ein bisschen ja im platten im vinylfieber ja deswegen habe ich mir auch zwei geholt ich mache mir aus der schutzhülle raus ist ein bisschen schöner sieht und zwar einmal von tv on the radio die science ja geile platte ich wollte die vor allem wegen einem track haben der hier drauf ist nämlich hier hinten dlz oh gott dass ich mir fingerabdrücke dlz wer schlomo finkelstein bzw die vulgäre analyse kennt der kennt auch den track mit sicherheit aber ganz generell kann man sehr gut hören also tolle vinyl und das ist ja das tolle man kann dann immer was entdecken das ist so hier kann man dann so aufklappen ist aber nur eine eine platte drin ist auch sogar glaube ich hier ich weiß nicht ob man das sieht aber ich glaube die schrift hier das ist sportlack ja es ist sportlack sogar mit sportlack das ist ja der wahnsinn ja tolle tolle platte war richtig gut habe ich schon komplett durch gehört ist wirklich gut tv on the radio die science und dann habe ich mal eine ein klassiker geholt und meiner meinung nach eine der besten album überhaupt ja das ist hier von pearl jam 10 ja das ist einfach das ist meisterwerk ja und ich fand pearl jam auch immer schon besser als technisch und so besser als nirvana ja nirvana waren immer so die krawall brüder pearl jam ist er da so ein bisschen gemäßigter und ich finde auch ein bisschen musikalisch anspruchsvoll klingt jetzt blöd aber ihr wisst was ich mein einfach noch mal einen anderen sound den ich absolut großartig finde und es sind einfach großartige tracks da kann man von vorn bis hinten hören da ist einfach auch hier kein scheiß drauf wo uns even flow live wiko jeremy porch alles na einfach ein großartiges album was man meiner meinung nach einfach haben muss das kürze in der sammlung rein also das ist so ein ding ähnlich wie red against the machine was einfach das kann ich immer wieder hören immer wieder kann man sich einfach immer wieder auf den teller schmeißen und deswegen musste die platte natürlich die sammlung übrigens auch die die ten hier gibt es nach wie vor auch als neue pressung diese aus den 90ern ich weiß gar nicht von aus welchem jahr 91 von 91 ist die die gibt es aber immer noch neu also die wird heute noch immer noch gepresst ja überhaupt kein problem ist einfach nur ein knaller album kann man nicht anders sagen ja mehr bin ich glaube es tatsächlich diesen monat gar nicht und generell hat es jetzt nicht mehr gegeben als das nichtsdestotrotz läuft das video jetzt schon wieder fast eine halbe stunde also haben wir jetzt trotzdem sehr viel mit gequatsche verbracht auf jeden fall ich hoffe ihr wart ein bisschen unterhalten ja euch hat das video ein bisschen spaß gemacht dürft man natürlich sehr sehr gerne einen kommentar da lassen zum beispiel was ihr wo ich alles im dezember so nettes gekauft habt ja oder was sie in die sammlung rein bekommen habt da würde ich mich sehr drüber freuen ihr dürft natürlich auch gern zum thema streaming sammeln was der geiler was unten reinschreiben wenn sie das bedürfnis hat ansonsten natürlich gerne daumen hoch oder daumen runter je nachdem wie euch das video gefallen hat und jetzt muss ich dann wirklich einmal schauen was sie als nächstes machen waren ich wieder wie wieder dazukommen sammlungs overview ist ganz heißes ganz heißes thema vielleicht mache das test dann also ein bisserl als 1000 abo special der weise sagt jetzt mal wieder und ja es ist halt ich muss auch noch das house of wax media book verlassen das liegt an und schon ewig bei mir und ich muss es ich habe damals angekündigt wie das angeboxt habe könnt ihr euch erinnern haas of wax media book ich werde verlosen ich werde auch verlosen ja aber ich muss jetzt heute mal meinen arsch immer hoch kriegen und dann schauen dass ich das geschissen kriege aber ich bin ein fauler hund manchmal komme ich nicht dazu manchmal kein bock wie auch immer es ist halt einfach so und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz wunderbaren abend oder tag oder morgen mutter weiß der geile was wort sie soll da und scherz dort verlinke ich euch zum anschauen da könnt ihr kanal abonnieren wenn sie so nicht gemacht hat und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten video wieder macht's gut bis denn ciao und servus